Nach dem Zeitpunkt der Empfängnis beginnt direkt das Schicksal. Es ist also schon etwas länger her, als ich das letzte Mal nicht ich war. Und wenn Zeit Geld ist, ist Geschwindigkeit auch Macht. Die Erfindung der Titanic ist auch die des Untergangs. Die Umsetzung von Hoffnung erschafft erst die mögliche Enttäuschung. In einer Zeit, wo die Toten die Toten anmotzen und noch nicht einmal wissen, warum. In all den Zeitungen von heute werden sie morgen Fisch einwickeln. Naja und Fisch stinkt halt nach Fisch. Die Realität hat kein Gewissen. Ich verkaufe deine Kinder und kaufe dir davon, was zu essen. Absolute Formulierungen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Menschliche Facetten, so wie der Luxusmüdigkeit. Die Zeit liegen in menschengemachten Ketten. Dafür fehlt einfach die Zeit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020